Nehmen wir Platz, meine Damen und Herren, wir wünschen uns ein. Viel Spaß, gute Unterhaltung und ein tolles Match. Quasi in der letzten Minute 1 zu 0 gegen LA Riverside. Was war das für ein Spiel? Ein sehr emotionales. Ich rede jetzt von meiner Wenigkeit. Wir wollten von Anfang an unser Spiel dem Gegner aufdrücken. Das ist uns gelungen. Wir haben uns leider schwergetan mit dem Kriegieren der Torschanzen, vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir schon die eine oder andere Möglichkeit gehabt, aber nicht die Ruhe, beziehungsweise auch nicht ein bisschen Glück gehabt, um den Ball einfach ins Netz zu schießen. In der zweiten Halbzeit haben wir auch versucht, mit vielen weiten Bällen, mit vielen Flanken, auch die Kombination, zwar Stangenschüsse. Also es war alles drinnen. Der Gegner hat sehr gut verteidigt, sehr massiv, extrem gut, also ein Lob. Oder beziehungsweise wir müssen den Gegner auch ein bisschen loben, aber die haben uns das Leben extrem schwer gemacht. Aber unterm Strich war das ein vollverdingter Sieg. Wahnsinn, schwer in Worte zu fassen. Wir haben uns die ganze Zeit schwer getan. Die sind mit gefühlt zehn Mann hinten gestanden. Wir haben trotzdem ein paar Chancen herausgespielt. Leider haben wir sie nicht genützt. Und zum Schluss ist der Mecci reingekommen und hat das Ding dann gemacht. Was ist los gewesen, bist du reingekommen? Bist es halt emotionslos ausgesehen, Ideenlos? Wo war heute der Wurm da drin? Im Endeffekt war es auch so. Es war viel zu wenige Emotionen drin. Ich habe das Gefühl gehabt, dass den ein oder anderen vielleicht nicht bewusst ist, um was es da heute gegangen ist. Ich habe zum Glück, wie auch immer, das Tor jetzt dann gemacht. Und im Endeffekt muss man solche Spiele auch nehmen. Die gibt es auch. Und auch, weil wir uns schwer getan haben. Wichtig sind die drei Punkte. In drei Monaten fragt niemand danach, wie wir das gewonnen haben. Sondern wir haben es gewonnen. Das war das Wichtigste. Voll verdient. Und Siegesdorf vom Mecci, den wir jetzt noch gar nicht diese Saison am Platz gesehen haben. Kaum kommt er rein. Hat er auch wirklich diesen Lucky Punch. Was sagst du dazu? Na ja, wir haben in der Endphase schon gesehen, die Mannschaft tut sich schwer. Wir kommen zwar durch, wir bringen die Flanken. Aber wir haben ja natürlich keinen Stoßstürmer drinnen. Und dann haben wir uns entschieden für den Mecci. Und Gott sei Dank hat es geklappt. Ja, Markus, dass der einfach dort einfach so präsent steht. Ja, das muss man auch sagen, dass es aufgrund des Ausfalls von Paulistrasa zustande gekommen ist. Und im Unglück haben wir eigentlich Glück gehabt. Der Stand für Philipp Zerbte 94 gegen Elan Römerthal. 1, 2. 1, 2.